Hi, ich bin der Kai und heute geht es einmal um ein Problem in ePlan, welches ich tatsächlich letzte Woche selbst hatte. Das ist ein recht bekanntes Problem in der Plattform 2022, welches sogar einmal in einem eigenen Blogartikel erwähnt wurde und zu den häufig gestellten Support-Anfragen zur Plattform 2022 gehört. Den Blogartikel verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Und hier die FAQ 2, um die soll es heute gehen. Warum werden wir Applikationen wie ePlan eManage nicht in meinem Produkt-Dashboard der ePlan Cloud angezeigt? Also, viel Spaß mit diesem Video! Wenn wir in ePlan einmal die ePlan Cloud öffnen, dann bekommst du ja hier im Dashboard die ganzen Apps angezeigt, welche in deiner Cloud verfügbar sind. Manche sind ja auch kostenpflichtig und manche sind free. Zum Beispiel eManage free. Diese App ist ja der zentrale Dreh- und Angelpunkt, wenn du zum Beispiel Projekte mit anderen teilen möchtest. Und jetzt kann es passieren, dass du irgendwann die ePlan Cloud öffnest und eManage free nicht mehr vorhanden ist. Das Ganze ist bei mir zum Beispiel passiert. Das liegt dann nicht daran, dass du deine Subscription-Fee nicht bezahlt hast oder aber jemand einen Teil der Cloud gelöscht hat, sondern ganz einfach an der Benutzerverwaltung. Ich selbst bin Admin in unserer Organisation und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, dass eManage Free abgewählt war. Um das Ganze zu machen, gehen wir einfach mal auf die Benutzerverwaltung. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, den einzelnen Apps Rollen zuzuweisen. Und je nachdem, wie du die Benutzer angelegt hast, werden die Apps den Rollen automatisch zugewiesen. Oder wie hier in meinem Fall als Admin wähle ich jetzt für mich selbst eManage Free einfach ab. Wenn ich jetzt hier in meine ePlan Cloud gehe und einmal F5 für Aktualisieren drücke, dann siehst du, dass auf einmal eManage nicht mehr vorhanden ist. Wenn ich das Ganze wieder anwähle und wieder mit F5 bestätige, dann habe ich eManage Free wieder vorhanden. Wenn du also ein normaler User bist in deinem Unternehmen, dann musst du eventuell mal den Admin fragen, ob er für deine Benutzerrechte das Ganze abgeschaltet hat. Es kann natürlich auch sein, dass das zufälligerweise für irgendeine der anderen Apps passiert ist. Was hältst du generell von den Cloud-Lösungen von ePlan? Schreib es mir doch bitte einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten war es auch für heute. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben und neue Abonnenten. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.